Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich die Abschlussprüfung 2014 A2 gelöst hätte. Die Angaben findet ihr wie immer hinter diesem Link. Nur auf 2014 gehen. Vorsicht, Einserzweig, wir sind hier im Einserzweig. Wir haben eine Funktion gegeben und hier geht es um die erreichten Punkte bei einem Zehnkampf. Und X steht für die Sprungweite und Y für die erreichten Punkte. Es ist immer ganz geschickt, es sich am Anfang rauszuschreiben, damit man weiß, bei den Fragestellungen nachher, wo man was einsetzen muss. Es handelt sich hierbei um eine Potenzfunktion und zwar eine Potenzfunktion mit rationalen und zwar positiven rationalen Exponenten. Rational heißt, das hier ist ein Bruch, also ist eigentlich eine Kommazahl, aber wir können es ja schreiben als 141 Hundertstel. Das kann man ja Kommazahlen mit Brüchen schreiben. Dementsprechend ist es ein Bruch und kein ganzzahliger Exponent. Deswegen müssen wir unsere Formelsammlung auf Seite 33 aufschlagen, wenn wir wissen wollen, was für eine Definitionsmenge das Ganze hat. Denn, und da steht es auch schön dabei, da haben wir auch den Graphen mal im Allgemeinen zu sehen, die Definitionsmenge ist R plus 0. Das heißt, alle X-Werte, die größer oder gleich sind als 0. Nun ist das Ganze aber verschoben. Das heißt, wir haben hier kein X in der Basis, sondern X minus 210. Das heißt, nicht X ist größer gleich 0, sondern X minus 210 ist größer gleich 0. Wenn ich dann noch das 210 auf die andere Seite bringe, steht dran, X muss größer sein oder gleich als 210. Und das ist hier meine Definitionsmenge. Also wie immer schauen wir uns das Ganze in der Formelsammlung an, damit wir wieder wissen, wie so eine Potenzfunktion mit rationalen Exponenten ausschaut. Und dann wenden wir das Ganze auf die veränderte, auf die verschobene, auf den verschobenen Funktionsgrafen an. Gut, das wäre es von der ersten Teilstellung gewesen. Wir müssen hier noch zeichnen. Wir müssen hier aufpassen, es gibt hier insgesamt drei Punkte auf eine Definitionsmenge und eine Zeichnung. Das heißt, ich werde einen Punkt auf die Definitionsmenge vergeben und zwei Punkte auf den Graphen. Das heißt, der muss picobello sauber gezeichnet sein. Dementsprechend, weil wir ja hier in hunderter Schritten arbeiten, sollte man vielleicht als Table Step 150 oder auch, was sage ich denn, nicht 150, sondern 25 eingeben. Dass ich 225, 250, 275 und so weiter die Punkte einzeichnen kann, dass ich einen möglichst genauen Graph kriege, weil es eben zwei Punkte gibt, wird auch hier ganz genau bewertet, ob man es richtig getroffen hat oder nicht. Bei der Aufgabe 2.2 ist dann die Frage, dass beide jeweils 700 Punkte erreichen und man mithilfe des Graphen herausfinden soll, wie viel weiter der Mann gesprungen ist. 700 Punkte bedeutet y, das heißt, ich soll ja nach dem Graphen gucken, ich gehe auf 700, dort wo meine Maus ist, gehe rüber und dann habe ich ja hier den Funktionsgraphen der Frau und hier den Funktionsgraphen des Mannes. Das heißt, beim Mann sind es ungefähr 540 und bei der Frau sind es ungefähr 640 oder 550 und beim Mann sind es 650 oder 540. 640, das kann man jetzt nicht genau lesen, aber dadurch, dass man es ablesen soll, sage ich, es sind ungefähr 100 cm, das ist hier zu bewerten im Rahmen der Ablesegenauigkeit, also sage ich, ungefähr 100 cm ist er weitergesprungen. Hier 550 cm, hier 650 cm. Bei der Aufgabe 3 erreichte Frau beim Weitsprung 900 Punkte, äh, 900 Punkte. Punkte ist y, das heißt, ich setze für y 900 ein und löse das Ganze nach x auf. Das heißt, ich dividiere zuerst, ich muss ja die Potenz bzw. das x befreien. Dividiere ich durch 0,1888807, erhalte ich gerundet diesen Wert und rechts die Potenz. Da war gerade noch ein kleiner Fehler, habt ihr gesehen, ich habe das Komma noch nachträglich ergänzt. Also ich muss die Wurzel ziehen und zwar die 1,41-te Wurzel. Ja, ich habe das mal ausführlich hingeschrieben. Also normalerweise sagt man ja die n-te Wurzel, aber dadurch, dass es eine Kommazahl ist, ist es ein bisschen schwieriger auszusprechen. Ich nehme nicht eben die Quadratwurzel, es steht nicht hoch 2 dran, sondern es steht hoch 1,41. Also muss ich die 1,41-te Wurzel nehmen aus dieser Zahl. Anschließend noch plus 210 auf beiden Seiten und ich erhalte mein x-Wert 616,13. Hier steht dran, auf Zentimeter gerundet, das heißt, in meinem Antwortsatz muss ich noch schreiben, sie springt 616 Zentimeter weit. Bei dieser Aufgabe reicht es nicht aus, einfach nur x ist gleich stehen zu lassen, denn es ist hier eine Sachaufgabe und das Ganze muss mit einer Maßzahl oder mit Größen gegeben sein, also im Ergebnis. Und da muss man halt eben auch noch genau runden, deswegen aufpassen. Schreibt man hier 616,13 Zentimeter hin, ist es leider ein Rundungsfehler, weil ja auf ganze Zentimeter gerundet werden sollte. Aufgabe 2,4. Da haben wir jetzt zwei neue Gleichungen für die, dieses Mal ist es die Sprunghöhe. x ist also Sprunghöhe. Und jetzt heißt es, dass ein Mann und eine Frau überspringen die gleiche Höhe, also haben das gleiche x und dabei erzielt die Frau 500 Punkte mehr als der Mann. Das heißt, der Gleichung, wenn ich sie gleichsetze, sie sind ja nicht gleich, ja, die Frau springt 500 Meter höher, 500 Punkte mehr kriegt sie, also das y hat 500 mehr. Das heißt, um die Gleichung auszugleichen, muss ich entweder bei der Frauengleichung, beim Frauenterm 500 abziehen oder beim Männerterm 500 dazuzählen. So, und jetzt geht das Ganze natürlich mit dem Zusammenfassen, dass hier diese Potenz, diese x minus 100 hoch 1,35 ist ja identisch. Das heißt, ich kann das als Variable sehen, also 0,44125 minus 0,2797, damit bringe ich das alles auf eine Seite. Dann muss ich das quasi durch den Vorfaktor teilen, die 1,35 Wurzel ziehen und am Schluss noch plus 100, wem das zu schnell geht, nochmal anschauen. Aber ich kann das Ganze Gott sei Dank auch in Solver eintippen. Nun müssen wir uns da klar sein, dass wir den Startwert besonders gut setzen müssen, denn hier ist es definiert erst ab 100 plus. Das ist das gleiche wie hier oben, da ist es erst definiert gewesen ab 210 plus. Das heißt, hier haben wir eine Potenzfunktion, das heißt, wir müssen beim Startwert etwas nehmen, was auch definiert ist. Ich habe da zum Beispiel den Wert 101 genommen, der ist ja erlaubt. Wenn ich einen Wert nehme, wie zum Beispiel 3 oder 4, wird hier mir ein Error ausgespuckt. Also, wenn ich hier diese Gleichung mit dem Solver lösen will, muss ich berücksichtigen, dass erst ab dem Wert 100 auch Ergebnisse herauskommen und das dementsprechend als Startwert für den Solver für die Lösung verwenden. Das war es von meiner Seite.